Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Ranking-Video. Heute geht es erneut um Star Wars. Warum? Nun ja, vor kurzem habe ich alle Star Wars-Schurken für euch gerankt und das Video kam überraschend gut an. Doch was habt ihr euch gewünscht? Dass ich das gleiche mit den Heldenfiguren aus Star Wars mache und ich wusste, dass dieses Video 3, 2, 1 kontrovers sein würde. Nichtsdestotrotz, ich stelle mich natürlich euren Herausforderungen. Ich habe 25 Heldenfiguren im Star Wars-Universum gefunden, die ich hier auf einer Liste zusammengetragen habe. Warum nur 25? Gibt es nicht noch mehr? Ja, gibt es. Aber ich habe so krasse Nebenfiguren rausgelassen und gleichzeitig die Serien nicht berücksichtigt. Was mir krass leid tut. Mando und Ahsoka Tano oder die Crew der Ghost kommen alle nicht vor. Tut mir krass leid, aber ich habe die Serien auch nicht berücksichtigt beim Schurken-Ranking. Es wäre unfair, das jetzt bei den Helden zu tun. Erst recht bei Ahsoka tut es mir sehr leid, weil sie langsam aber sicher zu einer meiner Lieblingsfiguren wird. Doch wisst ihr was? Irgendwann kriegt ihr ein Ranking mit meinen Lieblingsfiguren aus Star Wars im Allgemeinen und mit meinen Figuren, die ich am wenigsten mag aus Star Wars. Ich glaube, das gebe ich euch irgendwann. Und ja, das Harry Potter-Ranking kommt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ab März schaue ich die Filme. Vielleicht werde ich sogar bei Insta was posten. So erste Reaktionen, wie mir die Filme so gefallen. Und das Video in April gibt mir ein bisschen Zeit, aber ich bin dran. Ihr kriegt das Video, ich verspreche es euch, hoch und heilig. Ansonsten die gleichen Disclaimer wie immer. Hier wird es zu Spoilern kommen, was das gesamte Star Wars-Universum angeht. Und der letzte Disclaimer, ich weiß, ich sage es immer wieder. Trotzdem, ich glaube, ich muss es immer wieder sagen. Das ist nur meine Meinung. Falls ihr diese Liste nicht mögt. Vollkommen okay. Doch anstatt mir so häufig zu sagen, wie kacke die Liste ist, lasst mich doch einfach wissen, wie ihr diese Helden alle ranken würdet. Denn hier gibt es kein richtig und kein falsch. Hier gibt es nur unterschiedliche Meinungen. Und die zelebriere ich auf Moviepilot. Alle Disclaimer wurden disclaimed. Bevor wir mit dem Ranking loslegen, geht allerdings noch ein dickes Shoutout an den Sponsor dieses Videos raus. Fanhome. Fanhome ist eine neue Marke, die einzigartige Modellbausätze und Sammlungen von beliebten und nerdtastischen Franchises erstellt. Zum Beispiel Marvel oder wie passend zu diesem Video Star Wars. Denn zur Zeit bietet Fanhome die ultimative Star Wars Büstensammlung an. Eure Lieblingscharaktere aus der gesamten Star Wars Saga wie Boba Fett, Chewie, Darth Maul und viele, viele mehr gibt es jetzt als detaillierte und handbemalte Büste. Da es sich hierbei um offiziell lizenzierte Produktionen von Lucasfilm und Disney handelt, sind diese Sammlerexemplare mehr als detailgetreu. Jeder erhältliche Charakter wird im Fanhome-Magazin genauer beleuchtet und durch frühere Konzeptarts von Lucasfilm dem Fan nähergebracht. Wenn ihr also auch im Besitz dieser coolen Sammlerexemplare sein wollt, dann wählt euch eure Sammlung aus und holt euch das Fanhome-Abo, das euch monatlich exklusive Produkte samt Magazin sichert. Im ersten Paket erhaltet ihr entweder zwei Figuren mit den dazugehörigen Magazinen oder zwei Bausets mit den dazugehörigen Magazinen. Ab dem zweiten Paket gehören euch dann immer drei bis vier Figuren oder Bauphasen sowie die entsprechenden Magazine. Frühbucher erhalten eine Special Edition-Büste, wie diesen Attack Battalion Paratrooper 212. Dieses Angebot ist nur noch bis zum 28. Februar verfügbar. Also, wenn ihr jetzt noch heißer auf die weit, weit entfernte Galaxis seid und sie sogar bei euch zu Hause stehen haben wollt, dann klickt auf den Link in der Beschreibung und benutzt den Promocode MOVIEPILOT. So viel zu Star Wars Figuren, jetzt geht's zum Star Wars Ranking. Viel Spaß. Und wir fangen an mit Platz 25, für mich die schlechteste Heldenfigur im gesamten Star Wars Universum. Ja, im gesamten Star Wars Universum. Vice Admiral Amalyn Holdo, gespielt von Laura Dern. Und ich liebe Laura Dern erst recht in Jurassic Park. Sie ist für mich durch Jurassic Park eine Nerd-Ikone geworden und sie ist sowas von cool. Und ich mag sie generell in fast all ihren Rollen. Und schauspielerisch hat sie auch hier wirklich was auf dem Kasten. In diesem Film ist sie eine fantastische Schauspielerin. Ich bin aber absolut kein Fan der Figur. Und das aus einem sehr einfachen Grund. Sie ist für mich im Grunde genommen eine Schurkin. Wirklich. Ich dachte auch, dass das der Twist sein wird von The Last Jedi. Als ich den Film damals gesehen habe, dachte ich mir, okay, das wird der Twist sein. Amalyn Holdo ist eine Verräterin. Sie arbeitet heimlich für die First Order. Wieso dachte ich das? Nun ja, spulen wir ein bisschen zurück und fragen uns, wer ist diese Figur und wann wird sie eingeführt. Nach Lares, peinlichem Mary Poppins-Flug, landet sie im Koma und wer übernimmt? Weiß Admiral Holdo. Sie ist jetzt die neue Anführerin der Resistance. Und ich dachte mir, okay, cool neue Figuren, ich bin dabei. Doch dann stellt sich heraus, dass sie sich sehr, sehr merkwürdig verhält. Sie verrät niemandem, niemandem ihren geheimen Plan. Und was ist ihre Strategie? Wir fliehen vor der First Order in Zeitlupe, sodass uns der Treibstoff ausgeht und die uns abknallen können. Wir müssen mit ansehen, wie ein Schiff nach dem anderen abgeknallt wird und es immer weniger werden. Zum Schluss haben wir nur noch eine Handvoll von Rebellen, die es dann nach Crate schaffen. Und ich, wow, das ist echt düster. Und Po fragt sie immer wieder, was ist unser Plan, was ist unsere Strategie? Was sagt sie ihm? Halt die Klappe und folge meinen Befehlen. Und ich, ha, du hörst dich an wie ein Mitglied des Imperiums. In Rogue One wurde genau dieses Verhalten in Cassian von Jyn Erso kritisiert, dass das ein falsches Verhalten ist. Sie hat ihm gesagt, Befehle, selbst wenn du weißt, dass sie falsch sind, was ist mit dir los? Da kannst du gleich ein Stormtrooper sein. Und bei Holdo wird das irgendwie gefeiert und es wird suggeriert, dass das etwas Gutes ist. Es ist nichts Gutes, es ist nicht mal etwas Heldenhaftes, es ist böse. Und ich verstehe auch nicht, wieso sie so hart mit Poe umspringt. Ja, er war etwas fahrlässig zu Beginn des Films. Doch wisst ihr, was er auch getan hat? Er war der Held in Episode 7. Er hat Starkiller Base quasi im Alleingang in die Luft gejagt. Die Geheimwaffe des neuen Imperiums. Nichts, kein Vertrauen. Leia hat ihm vertraut. Er war ihr Protégé. Und dann kommt diese Holdo-Figur und sagt ihm, nein, 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 du musst deine Lektion lernen. Aber okay, sie will ihm eine Lektion erteilen, verstehe ich. Aber dass sie bereit ist, über Leichen zu gehen, damit er seine Lektion lernt und er zusehen muss, wie so viele Rebellen sterben. Und dass er bereit ist zu sagen, okay, ich meutere jetzt und sie ihm immer noch nicht den Plan verrät. Und, nee, das ist für mich keine Heldenfigur. Das ist für mich ein Sturkopf. Und tatsächlich klebt Blut ohne Ende an ihren Händen. Warum? Weil sie Pone-Lektion erteilen wollte. Nee, sorry. Für mich ist das die schlechteste Heldenfigur in ganz Star Wars. Und eine meiner absoluten Hassfiguren im gesamten Star Wars-Universum. Was mir sehr leid tut, weil ich Laura Dern so gern mag. Doch diese Figur, nein. Nein, einfach nein. Auf Platz 24 haben wir ebenfalls eine neue Figur. Und zwar aus Solo A Star Wars Story. L3, eine Droiden. Und im Grunde genommen mag ich das Konzept und die Idee hinter ihr. Denn die ist eigentlich in der Theorie interessant. L3 steht dafür, dass wir jetzt mal die Droiden beleuchten. Und herausfinden, wow, das sind quasi Lebewesen mit eigenen Gefühlen. Und sie fühlen sich wie Sklaven. Und sie will eine Freiheitskämpferin für die Droiden sein. An sich sehen wir sowas häufiger in Science-Fiction. Und an sich ist sowas spannend. Bei Matrix, also den Matrix-Prequels, haben wir sowas gesehen. Animatrix. Wir haben sowas auch bei iRobot gesehen, den ich sehr liebe und sehr unterschätzt finde. Bei Ex Machina. Wahnsinnig spannend. Bei Star Wars funktioniert es nicht. Und ich sage euch auch warum. Weil R2, D2 und C3PO in der originalen Trilogie von unseren Helden, Luke Kahn und Leia, nie behandelt worden sind. Als wären sie Lebewesen. Die wurden behandelt wie Gegenstände. Und wenn mal einer kaputt ging, haben die gesagt, na das ist aber schade. Ab in die Werkstatt. Und dann bist du wieder fit. Jetzt uns zu suggerieren, dass Han, Luke und Leia sich immer mies verhalten haben, finde ich irgendwie fragwürdig. Auch die Tatsache, dass diese Maschine dazu in der Lage ist, sich in einen Menschen zu verlieben, wie gesagt, in der Theorie ist das spannend. Und es gibt sehr viele Science-Fiction-Stories mit ähnlichen Plots. Doch zu Star Wars passt es nicht. Das ist einfach in sich eine komplett widersprüchliche Information zu allem, was wir bis dato über Druiden gelernt haben in Star Wars. Abgesehen davon sind ihre Dialoge sowas von plakativ und nervig, dass sie für mich eigentlich nur eine Ablenkung von dem Film waren. Nicht, dass der Rest des Films irgendwie besser wäre, aber sie hat den Film tatsächlich noch langweiliger und nerviger gemacht, als er ohnehin schon war. Sorry, R3. Du bist für mich nur der vorletzte Platz und eine der nervigsten Star Wars-Figuren aller Zeiten. Und wenn wir schon über nervige Star Wars-Figuren sprechen, dann müssen wir ja wohl Jar Jar Binks erwähnen. Meine Güte, ich weiß bis heute nicht, was sie sich bei dem Typen gedacht haben. Als ich damals die Promo-Bilder gesehen habe und die Poster, dachte ich mir, wow, eine neue, spannende Alien-Rasse. Wer bist du? Was kannst du? Hast du eventuell die Macht? Und dann haben wir den Film gesehen. Und dann haben wir, wow, du bist wirklich nur da für die ganz, ganz, ganz kleinen Kinder und für Slapstick-Humor. Du redest komisch und trittst in Kacke. Und dann fällt dir was auf den Kopf. Und dann fällst du hin. Und dann haben wir immer und immer und immer mehr Screentime mit dir. Und ich dachte mir, wow, wirklich? Und das Schlimme ist, der Film gibt sich gar keine Mühe, Jar Jar's Beziehung zu den anderen Figuren irgendwie auszubauen. Jar Jar ist immer da, damit wir den Film unterbrechen für Slapstick. Und das auch an den unpassendsten Momenten. Wir haben da diesen monumentalen Lichtschwertkampf zwischen Qui-Gon, Obi-Wan und Darth Maul. Und schneiden zu Jar Jar, der mittlerweile ein General ist und auch auf dem Schlachtfeld nur Slapstick-Momente hat. Und dann hat George Lucas eingesehen, ja, die Figur wird nicht gerade positiv angenommen. Geben wir ihm weniger Screentime. Doch was macht man in Episode 2? Man macht ihn zum Hauptverantwortlichen für das Imperium. Denn er hat Palpatine die Vollmacht gegeben. Und ich, wow, Jar Jar ist verantwortlich für das Imperium. In Teil 3 hat er dann eine Szene ohne Dialog. Und wisst ihr was? Ich war dankbar dafür. Jar Jar, sorry, du bist einfach nervig. Du bist auch mittlerweile ein Synonym für das Wort nervig geworden. Verdienter 23. Platz. Auf Platz 22 haben wir eine weitere neue Figur. Und ja, es tut mir erneut so krass leid um die Schauspielerin. Weil irgendwelche Mistkerle die Schauspielerin attackiert haben, dafür, dass man die Rolle nicht toll findet. Die Rolle finde ich allerdings auch nicht toll. Rose Tico aus Star Wars The Last Jedi und Star Wars The Rise of Skywalker. Und die Idee hinter Rose erneut finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Mal ein Mitglied der Rebellion zu sehen, das nicht zwingend an der Front kämpft. Einfach so eine alltägliche Figur innerhalb der Rebellion. Das vermenschlicht diese Organisation so viel mehr. Und es kann auch wirklich funktionieren. Auch die Tatsache, dass wir ihre Schwester kennenlernen, die diesen heroischen Tod stirbt am Anfang. Und sie, die ihr hinterher trauert. Ja, ich bin dabei. Denn mich interessieren ja generell eher die Charakter-Stories. Doch was macht man mit ihr? Man macht mit ihr gar nichts. Man schickt sie und Finn in ein Casino. Und dieser Plot, also Canto Bight, glaube ich, verteidigt mittlerweile keiner mehr. Selbst die Hardcore-Fans von The Last Jedi. Und auch die Romanze zwischen ihr und Finn kommt so aus dem Nichts. Als sie ihn geküsst hat und diesen Satz von sich gelassen hat, es geht nicht darum zu töten, was wir hassen, sondern zu retten, was wir lieben, dachte ich mir, während du das sagst, werden hinter dir gerade deine Leute abgeknallt. Und Finn hat genau das probiert. Finn hat probiert, euch alle zu retten. Und du hast ihm den Helden totgenommen. Und dann küsst sie ihn und ich so, wow, das ist cringe. Zwischen denen fühle ich überhaupt keine romantische Connection. Den ganzen Film über habe ich null romantische Vibes zwischen den beiden gespürt. Und das ist JJ auch irgendwie klar gewesen. Denn diese Romanze wird nicht mal erwähnt. Dieser Kuss spielt überhaupt keine Rolle in Episode 9. Es tut mir nur leid, dass man in Episode 9 nichts mehr aus ihr gemacht hat. Ich finde, sie hätte Teil des Abenteuers sein können. Man hätte sie mitnehmen können und ihr tatsächlich was zu tun geben können. Denn sie ist eine Hackerin. Das heißt, vielleicht hätte sie eine Rolle innerhalb der Crew spielen können. Poe, Finn, Rey und Rose in einem Abenteuer zu sehen, hätte ich gar nichts dagegen gehabt. Doch leider hat man im Gesamten aus dieser Figur überhaupt nichts gemacht. Alle ihre eigenen Storylines sind eigentlich nur Füller. Und die Figur selbst habe ich nicht wirklich kennengelernt. Sie existiert, um zu existieren. Verdient hat 22. Platz. Auf Platz 21 haben wir einen kleinen, süßen Ball. BB-8. Und ich mag BB-8. Generell mag ich die meisten Droiden innerhalb der Welt aus Star Wars. Doch genau deswegen war es so schwer, diese Liste zusammenzustellen. Denn wenn wir ehrlich sind, BB-8 ist cool. BB-8 ist frech. BB-8 hat sehr viele unterhaltsame Momente. Und er ist natürlich auch geniales Merchandise, wenn wir ehrlich sind. Doch er ist kein richtiger Charakter. Er ist eigentlich die Kopie eines anderen Droiden. Er ist R2-D2 2.0. Alles, was ihn ausmacht, kennen wir von R2. Er ist auch so anhänglich wie R2. Nur diesmal nicht gegenüber Luke, sondern gegenüber Rey und Poe. Er gibt Leuten Stromschläge. Das hat R2-D2 auch gemacht. Er rettet unsere Leute in Deus Ex Machina ähnlichen Situationen. Das hat R2 auch gemacht. Und eigentlich ist dieser Charakter ein aufgezwungener Ersatz für R2-D2. Und das stört mich an BB-8. Das heißt, obwohl ich den Kleinen niedlich finde, obwohl ich seine Szenen echt genieße, ist er für mich kein eigenständiger Charakter. Er ist für mich der Ersatz eines Charakters. Verdienter 21. Platz. What mission? What are you talking about? Und das bringt mich zu Platz 20. Und direkt hier wird es das erste Mal. 3, 2, 1. Kontrovers. C-3PO und R2-D2. Was? So weit unten? Du hasst die beiden Droiden, Yves. Wie kannst du nur? Ich hasse sie überhaupt nicht. Ich liebe sie. Ich finde, sie sind ein integraler Teil von Star Wars. Von all diesen Filmen. Sie haben eine tolle Dynamik mit den anderen Charakteren. Und R2 ist so ein kleiner, toller Frechdachs in jedem einzelnen Film. Ehrlich gesagt finde ich auch R2 den spannenderen Charakter der beiden. Obwohl er überhaupt keinen Dialog hat. Er macht nur Piepgeräusche. Doch trotzdem wissen wir, was in ihm vorgeht. Er ist ein richtiger Rebell. Obwohl er eigentlich nur ein kleiner Droide ist. Warum also so weit unten auf der Liste? Weil ich habe mir gesagt, Yves setzt die Nostalgiebrille ab. Und behandle diese Figuren wie nun ja Charaktere. Haben sie Charakterentwicklung? Entwickeln sie sich weiter? Was macht sie aus? Sie sind da, sie sind im Grunde genommen die Timon und Pumbas der Star Wars Filme. Nette Side Characters, nette Supporting Charaktere. Doch einen wirklich eigenen Arc haben die beiden nicht. Und das ist auch irgendwo schade. Auch R2-D2 erst recht wurde irgendwann schon fast zu over the top für mich. Erst recht in den Prequels. In den Prequels hat man so viele Sachen dazu gedichtet, als es um R2 ging. Der Kleine hat ein Jetpack und alle möglichen Waffen. Wo waren die denn bitte in der originalen Trilogie? Die wären echt hilfreich gewesen. Und 3PO ist auch nur für Gagstar. Er macht das halt wesentlich besser als Jar Jar. Und es ist nicht so ein extrem lahmer Kinder-Slapstick. Weil die Dynamik zwischen ihm und den anderen Figuren halt Spaß macht. Wenn Han Solo die Schnauze voll von ihm hat und so weiter und so fort. Das macht Spaß. Doch tatsächlich ist der beste 3PO-Film Rise of Skywalker. Weil er sich hier wirklich opfert. Der ewige Feigling opfert sich für seine Freunde. Es war tatsächlich doch kein so finaler Akt. Weil er seine Erinnerungen zurückkriegt von R2-D2. Nichtsdestotrotz es war ein echt rührender Moment mit dem kleinen goldenen Typen. Alles in allem liebe ich natürlich dieses Dream Team innerhalb der Welt von Star Wars. Doch als Charaktere und als Heldencharaktere verdienen sie es so weit unten auf der Liste zu stehen. Sorry. Das bringt mich zu Platz 19. Und es wird nicht weniger kontrovers. Chewbacca. Im Grunde genommen aus den gleichen Gründen wie C3PO und R2-D2 steht er so weit unten auf der Liste. Doch sprechen wir erst darüber wie sehr ich ihn lieb habe. Jeder wollte einen Chewie als Kumpel haben. Er und Han, diese rührende Beziehung ist fantastisch. Auch die Tatsache, dass wir Chewie kennenlernen als Charakter. Obwohl er eigentlich nur von sich gibt. Finde ich klasse. Doch hier hatten wir auch sehr viel Potenzial, das nicht genutzt wurde. Ich meine im Grunde genommen Chewbacca war ein Sklave. Und das sehen wir in Solo ist Star Wars Story. Doch da macht man nicht wirklich was draus. Han befreit ihn in einer Slapstick Nummer. Und dann okay, wir sind Best Buddies, das ist es. Die paar Momente, wo mich Chewie wirklich emotional berührt hat, waren die Momente, wo er herausgefunden hat, dass seine Freunde sterben. Als er gesehen hat, wie Han ermordet wurde und geschrien hat. Das hat mich getroffen. Als man ihm gesagt hat, dass Leia gestorben ist. Das hat mich getroffen. Doch ansonsten ist er halt das Paradebeispiel eines coolen Zusatzcharakters. Ihn gibt es halt. Er sieht cool aus. Er hat ein cooles Charakterdesign. Und es macht Spaß, ihm und Han bei dieser Freundschaft zuzuschauen. Und er hat sowohl lustige als auch Badass-Momente. Doch als Charakter hat man viel zu wenig mit ihm angestellt. Und ja, ich zähle jetzt mal eben nicht das Holiday Special, weil wer will schon das Holiday Special zählen? Jetzt kommt eventuell die berechtigte Frage, was hast du denn erwartet? Das ist doch nur Chewbacca. Was willst du denn mehr von ihm sehen? Groot in Guardians of the Galaxy haben die besser umgesetzt. Dabei Groot ist der Chewbacca von Guardians. Doch der hat einen richtigen Arc. Und das, obwohl er eigentlich nur I am Groot sagt. Und wenn er sich opfert für das ganze Team in dieser We-Are-Groot-Szene. Oder wenn wir erfahren, dass er der Einzige der Guardians ist, der nicht so kaputt gemacht wurde von der Welt. Und sogar kleinen Mädchen eine Blume schenkt. Dann wissen wir, wow, wir haben hier echt einen optimistischen Charakter. Von Chewbacca kriegen wir all diese kleinen Nuancen nicht mit. Nichtsdestotrotz, er ist für mich ein wichtiger Bestandteil von Star Wars. Doch wenn ich die Nostalgie-Brille abziehe, dann befindet er sich auf Platz 19. Sorry, Chewie. Okay. Sorry. Yo. Das bringt mich zu Platz 18. Und hier kommen wir zu Rogue One A Star Wars Story. Ein Film, den ich schwer unterschätzt finde. Einer der besten Star Wars Filme aller Zeiten. Buddy Rook. Wer ist das? Das ist ein imperialer Pilot, der die Seiten wechselt. Und genau deswegen mag ich das Konzept dieser Figur. Das zeigt uns, dass das Imperium auch aus echten Menschen besteht. Menschen, die sich ändern können. Menschen, die auch einen moralischen Kompass in sich selbst finden können. Und genau deswegen mag ich diese Figur so gerne. Er ist ängstlich. Er hat Angst, wenn er entführt wird. Und er möchte eigentlich nur das Richtige tun. Und letztendlich opfert er sich für die gute Sache. Weil Rogue One ist ein Spin-Off, aber auch ein Prequel zum allerersten Star Wars Film. Das heißt, er und diese Crew opfern sich, damit die Rebellen den Todesstern in die Luft jagen können. Und er warnt davor. Er hat Angst vor dem Imperium. Das ist einfach nur ein Mensch. Und das liebe ich so sehr. Weil das haben uns diese neuen Disney-Filme gezeigt. Dass die Leute in diesen Uniformen eventuell auch Menschen sein können, die sich ändern können. Und das ist einer der spannendsten Aspekte der neuen Filme. Warum also so weit unten auf der Liste? Weil wir ihn nicht wirklich kennenlernen. Das Konzept ist so viel besser als die tatsächliche Figur. Er wird gut gespielt, aber er kriegt viel zu wenig Screentime. Und ist dann doch recht eintönig. Nichtsdestotrotz verdient er 18. Platz. Das bringt mich zu Platz 17. Und hier haben wir erneut einen Charakter aus den Sequels. Poe Dameron. Okay, ich möchte erst mit den positiven Aspekten von Poe anfangen. Oscar Isaac ist super in der Rolle. Und Poe sollte man im Duden neben dem Wort charismatisch finden. Denn der Typ hat ein Charisma, das er einfach nur ausstrahlt. Erst recht in Episode 7 und die ganze Beziehung zwischen ihm und Finn ist klasse. Diese Bromance, diese Freundschaft ist wundervoll. Auch die Tatsache, dass wir hier das erste Mal einen Piloten der Rebellion oder der Resistance im Vordergrund haben, ist klasse. Sowas hatten wir bis dato noch nie gesehen. Und das genieße ich. Warum also so weit unten auf der Liste? Weil die Filme auch hier nicht wirklich wussten, was sie mit ihm anfangen sollen. Was sie mit ihm anstellen sollen. Denn J.J. wollte ihn ursprünglich töten in The Force Awakens. Weshalb er im kompletten zweiten Akt fehlt. Im dritten Akt kommt er dann zurück. Und da haben wir irgendwie so eine Ausrede. Ja, ich habe diesen Sturz irgendwie überlebt. Bin aus dem Schiff geflogen. Und habe es dann alleine hierher zurück geschafft. Okay. Dann kam The Last Jedi. Wir haben ihn im Vordergrund. Der Film beginnt mit ihm. Und da haben wir diesen nervigen Holder-Plot. Erst in Rise of Skywalker bringen wir ihn zurück. Und lassen ihn mit Rey und Finn agieren. Das erste Mal, dass es die drei treffen, ist im dritten Teil. Was ich sehr schade fand. Doch da hat er mir am besten gefallen. Doch, auch hier gibt es Probleme. Denn sie haben ihm nie eine coole Backstory gegeben. Oder uns diese Figur wirklich näher gebracht. Sie sich dachten, okay, der hat bis heute keine Backstory. Geben wir ihm einfach Han Solo's Backstory. Deswegen ist er leider, wenn ich zurück auf diese Filme blicke, so eine Kopie von Han. Was echt schade ist. Weil hier hatten wir den ersten Rebellen-Piloten. Den ersten Kampf-Piloten der Rebellion, den wir so richtig kennengelernt haben. Und dann ist er doch nicht wirklich was Eigenes. Was sehr schade ist. Auf Platz 16 geht's tragisch weiter. Hier haben wir Finn ebenfalls aus den Sequels. Und das ist eine Tragödie. Weil Finn in The Force Awakens war wahnsinnig spannend. Das war der erste Stormtrooper. Der erste Stormtrooper, den wir richtig kennengelernt haben. Ohne Helm und als Menschen. Wenn er auf dem Schlachtfeld ist und sieht, was diese Monster anrichten, sagt er, Ne, das kann ich nicht, das will ich nicht, äh, ich bin Deserteur. Das war wahnsinnig spannend. Und es wurde auch von Sekunde 1 mit der Idee gespielt, dass Finn eventuell die Macht hat. Es gab da so eine Szene, als Kylo Ren aufgetaucht ist. Er hatte sowas wie Visionen. Und Kylo Ren guckt ihn auch so komisch an. Für mich waren das immer Indizien, dass Finn eventuell die Macht hat. Später gibt man ihm sogar das Lichtschwert und lässt ihn auch kurz gegen Kylo kämpfen. Und er hält es durch. Er hält den Kampf für ein paar Minuten durch. Da dachte ich mir, okay, ich glaube, Finn und Rey werden beide Jedi. Und dann kam The Last Jedi und hat gesagt, wisst ihr, was wir aus Finn machen? Eine Comedy-Nummer, ein Slapstick-Charakter. Ein Charakter, der immer hinfällt und ganz viel Rey schreit. Wirklich? Dann kam JJ zurück für The Rise of Skywalker und hat gesagt, nee, ich hatte einen Plan für Finn und Finn hat tatsächlich die Macht. Und dann durfte er zumindest die Rebellen anführen im finalen Kampf gegen die Flotte des Imperators. Und das fand ich auch cool, noch im Gesamten so viel verschenktes Potenzial. Dieses Mittelstück hat Finn so gegen die Wand gefahren, denn er hatte ein Ark. Und ganz ehrlich, wäre den Heldentod gestorben auf Kraid, wäre das ein wundervoller Ark gewesen. Der Typ, der nie seine eigenen Entscheidungen trifft, immer vor allem und jedem wegrennt. Das haben wir in 7 gesehen. Und am Anfang von 8 rennt jetzt nicht mehr weg, sondern sagt sich, nee, ich nehme mein Schicksal in die Hand und tue einmal was Gutes. Ich habe für die Bösen angefangen, ich sterbe für die Guten. Wenn ich das sage, ich kriege Gänsehaut. Leider hat man ihm das alles nicht gegönnt, was echt, echt schade ist. Finn hatte so viel Potenzial und nachdem ich damals The Force Awakens gesehen habe, war er eine meiner Lieblingsfiguren in diesem Film, neben Kylo Ren und neben Rey tatsächlich. Doch dann hat The Last Jedi ihn kaputt gemacht. Sorry, ich weiß, dass John Boyega auch selbst sehr unglücklich ist mit der Entwicklung seiner Figur und ich verstehe es. Wir kommen zu Platz 15 und erneut, ich weiß nicht, ob das kontrovers ist, Mace Windu gespielt von Samuel L. Jackson. Ich liebe Samuel L. Jackson, einer der charismatischsten Hollywood-Darsteller aller Zeiten. Und das ist einer dieser Veteran-Jedi, die wir wirklich kennenlernen durften. Leider haben wir zu wenig von ihm gesehen. Ich meine, er guckt immer gleich, er und Yoda, die haben so eine besondere Beziehung und treffen gemeinsame Entscheidungen. Und es ist ganz cool, so eine Mentorenfigur zu sehen. Doch gerade Samuel L. Jacksons Charisma wurde nicht genutzt. Doch jetzt sprechen wir über die positiven Aspekte. Zu sehen, wie so ein klassischer Jedi auf dem Schlachtfeld wirkt, ist unglaublich. Die Tatsache, dass er derjenige ist, der sich Palpatine stellt, ist auch klasse. Und es ist ein Jedi, der einen Schritt zu weit gegangen ist. Und das, obwohl er immer so gesetzestreu war. Er war derjenige, der Anakin getadelt hat. Doch trotzdem hat er Jango fett geköpft. Und das vor den Augen seines Sohnes. Ich weiß, in den Serien hat man ihn noch ein bisschen weiter geschrieben. Doch Samuel L. Jackson hat auch so wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen in dieser Rolle. Ich finde, er ist sehr, sehr, sehr unterschätzt. Und er steht auch für den Zwiespalt von Anakin. Wenn sich Mace Windu und Palpatine duellieren und Anakin sich entscheidet, tötet er zusammen mit Palpatine eigentlich das Gute in sich. Mace Windu ist ein methodischer Lehrer und Samuel L. Jackson hat ihn wirklich zum Leben erweckt. Wir kommen zu Platz 14 und jetzt widmen wir uns endlich der Welt der Schmuggler. Denn jetzt kommen wir, glaube ich, nur noch zu Figuren, die ich wirklich, wirklich gern habe. Lando Calrissian, gespielt von Billy Dee Williams. Und das ist eine der coolsten Figuren im gesamten Star Wars-Universum. Mich erinnert er ein wenig an die gute Version von Boba Fett. Boba Fett hat in Empire Strikes Back nicht viel Screentime. Doch seine Rüstung und die Art und Weise, wie er spricht und sein Schiff waren so cool, dass er von Sekunde 1 Kultstatus bekommen hat. Das gleiche ist Lando für mich. Von Sekunde 1 sehen wir, das ist ein cooler Pirat. Das ist ein Schmuggler a la Han Solo. Nur eventuell noch cooler. Und die Tatsache, diesen Schmuggler zu sehen und wie schön er es sich gemacht hat in der Welt, wie er aufgestiegen ist in der Welt, Dass er im Grunde um diese ganze Kolonie kontrolliert auf Bespin, ist klasse. Sein Umhang ist klasse. Die Art und Weise, wie er mit Leia spricht. Ich meine, gerade meckert er noch mit Han und dann sieht er Leia und auf einmal... Hello, what have we here? Billy Dee Williams war in dieser Rolle klasse. Und er hat auch tatsächlich einen Arc. Weil er wird dazu gezwungen, seinen besten Freund zu verraten, von Vader. Und in Rückkehr der Jedi-Ritter kann er sich rehabilitieren. Nicht nur rettet er Han, sondern er ist es, der den zweiten Todesstern in die Luft sprengt. Leute unterschätzen Lando total, denn der zweite Todesstern wurde nicht von Han in die Luft gejagt, nicht von Leia in die Luft gejagt, nicht von Luke in die Luft gejagt, sondern von Lando. Lando ist für mich eine der unterschätztesten Star-Wars-Figuren aller Zeiten. Wie stehe ich zu seiner Prequel-Version, gespielt von Donald Glover? Aber kein großer Fan, Billy Dee Williams kann man nicht ersetzen. Das bringt mich zu Platz 13. Baze Malbus und Chirrut Imwe aus Rogue One A Star Wars Story. Das sind zwei sehr spannende Figuren, weil sie die Mythologie von Star Wars erweitert haben. Das sind keine Jedi, aber gerade Chirrut glaubt an die Jedi und kann die Macht auch für sich verwenden. Allerdings tut er das auf eine Daredevil-ähnliche Art und Weise. Und ich fand seinen Charakter sowas von faszinierend. Wir haben hier wieder diesen Samurai-Aspekt, der Star Wars nun mal auch ausmacht. Denn Jedi haben sehr viele Parallelen zu Samurai und selbst der Mandalorian hat Parallelen zu einem Samurai. Deswegen finde ich das äußerst spannend, dass man das so clever umgesetzt hat in Rogue One A Star Wars Story. Er ist Mentorfigur, aber er ist auch Krieger. Und das, obwohl er blind ist. Und dann haben wir im Kontrast Baze Malbus, der dieses Leben hinter sich gelassen hat. Und diesen Kontrast zwischen ganz klarer, moderner Krieger mit einer Wumme und Gläubiger mit einem Stock ist klasse. Das Hin und Her zwischen den beiden ist super. Und auch zum Schluss, wenn es Chirrut gelingt, in Baze wieder diesen Glauben hervorzurufen, ist das unglaublich. Die beiden haben für mich auch die Macht, die Mythologie der Macht etwas erweitert. Ich liebe die beiden. Einziges Problem, zu wenig Screentime. Ansonsten, coole Charaktere. Das bringt mich zu Platz 12 und das ist mit Abstand der coolste Droide in ganz Star Wars. Wirklich. K2SO aus Rogue One A Star Wars Story. Ein ehemaliger imperialer Droide, der umprogrammiert wurde und jetzt das Gute tut. Wer hatte nicht T-800-Vibes aus Terminator 2? Ich hatte sie. Doch das nehmen wir jetzt mit dem Sarkasmus von Alan Tudyk und wir haben Gold. Das war der lustigste Droide, ohne billigen Slapstick-Humor zu haben. Denn sein Dialog war köstlich. Seine Dynamik mit Cassian war super, weil auch ihm ist er ans Herz gewachsen. Er opfert sich für die Crew und es ist ein rührender Moment. Und er ist verdammt badass. Und ich habe gehört, dass Alan Tudyk jetzt nicht mitspielt in der Cassian-Andor-Serie. Zumindest nicht in Staffel 1. Was ich sehr, sehr schade finde. Denn das war für mich so ein Highlight-Charakter. Jede einzelne Szene hat mich entweder zum Schmunzeln gebracht, zum Lachen gebracht oder gesagt, wow, was für ein genialer Droide. Das bringt mich zu Platz 11 und den habe ich gerade schon erwähnt, Cassian-Andor. Cassian-Andor ist auch etwas ganz Besonderes, weil er die andere Seite der Rebellen beleuchtet hat. Das ist ein Auftragskiller für die Rebellion. Von Sekunde 1 sehen wir, dass er einen Verletzten tötet, weil er Angst hat, dass der eventuell Informationen preisgibt ans Imperium. Und ich so, wow, das ist ein düsterer Move. Und später bringt er fast Jins Vater um. Und sie spricht das an, sie sagt, dein Verhalten und das Verhalten der Rebellion ist gerade nicht cool. Und hier sehen wir, dass uns die alte Trilogie so ein Schwarz-Weiß-Schema präsentiert hat. Es gab die Guten, es gab die Bösen und nicht wirklich was dazwischen. Und er ist definitiv einer der Guten, aber er ist bereit, Böses zu tun, wenn es nun mal dabei hilft, die Mission zu erfüllen und diesen Krieg zu gewinnen. Denn das Imperium hat ihm alles genommen. Und deswegen bin ich auch wirklich auf seine Serie gespannt. Denn das ist ein Charakter, der quasi ein Geheimagent für die Rebellion war. Er muss die Drecksarbeit machen. Der Krieg, der uns immer so offensichtlich präsentiert wurde, wird so viel grauer durch Figuren wie Cassian. Es sind diese Leute, die diese Drecksarbeit tun müssen und über die niemand sprechen möchte, die tatsächlich dann diesen Unterschied machen. Und gleichzeitig liebe ich seine Dynamik mit Jinn. Dass sie in ihm wieder diesen Funken der Rebellion erweckt und er sich daran erinnert, warum er sich der Rebellion überhaupt je angeschlossen hat. Um zu rebellieren. Das heißt, er pfeift auf seine Befehle und macht das Richtige. Und dann stirbt er mit dem Rest der Crew als Held. Für mich wirklich ein heldenhafter und sehr cooler Charakter. Über Jinn habe ich schon geredet, doch jetzt widmen wir ihr einen Platz. Platz 10, Jinn Urso. Sie hat mich sehr überrascht. Denn rein theoretisch existiert dieser Charakter und der gesamte Rogue One Film eigentlich nur, um den Eröffnungstext von A New Hope zu erklären und uns zu erklären, warum der Todesstern so leicht zu vernichten war. Doch was man mit ihr erzählt hat, ist eine tragische Geschichte. Ein Kind, dessen Vater dazu gezwungen wurde, für diese Monster zu arbeiten. Und die eigentlich weder die Rebellen noch das Imperium unterstützen möchte. Die einfach nur ihren ganz eigenen Weg geht. Weil sie hat die Schnauze voll vom Krieg. Sie hat die Schnauze voll von den Lügen. Sie hat die Schnauze voll von den Intrigen. Und selbst zu ihrem Ziehvater, Saw Gerrera, hat sie kein gutes Verhältnis mehr. Doch dann findet sie heraus, dass ihr Papa tatsächlich ein Held war. Und deswegen hat sie auch die Denkweise der Rebellion ein wenig verändert. Sie geht zu diesen Leuten und sagt ihnen, wir tun jetzt das Richtige. Und ich rebelliere jetzt innerhalb der Rebellion gegen den Führungsstab der Rebellion. Was sie zu einer doppelten Rebellen macht. Und sie beeinflusst tatsächlich all diese Rebellen da draußen, sich dieser tödlichen und schwer gefährlichen Mission anzuschließen, die Pläne des Todessterns zu besorgen. Und wenn sie dabei sterben, dann sterben sie halt dabei. Aber sie wissen, dass sie long term gewinnen. Und das macht sie so besonders. Sie ist eine sehr emotionale Figur. Sie ist nicht fehlerfrei. Sie lernt was. Sie hat einen krassen Arc. Und sie ist ein Symbol für Hoffnung. Sie hat einer ganzen Generation von Rebellensoldaten Hoffnung gegeben. Und genau deswegen liebe ich sie so sehr. Verdienter 10. Platz. Das bringt mich zu Platz 9. Und jetzt wird es echt interessant. Padme Amidala. Die Königin von Naboo. Als Padme Amidala eingeführt wurde, in Episode 1 fand ich einfach das Charakter Design richtig cool. Ich mochte dieses Make-up. Ich mochte ihre Kostüme. Doch dann haben wir so viel mehr über sie gelernt. Sie ist wirklich eine extrem starke Figur, die häufig, wirklich sehr häufig unter den Teppich gekehrt wird. Denn das ist definitiv die Mutter von Lea Organa. Ist sie eigentlich eine Königin? Und muss sie sich eigentlich die Hände nicht schmutzig machen? Immerhin ist sie Teil dieser Regierung. Teil dieses Senats. Kann sie nicht einfach im Senat reden? Ja. Aber da sie so eine Frau des Volkes ist, mischt sie sich unter das Volk. Lügt dem normalen Volk sogar vor, nur ein Dienstmädchen zu sein, um selbst Teil von Missionen zu sein. Und zum Schluss von Episode 1 fühlt sie sogar eine Gruppe von Soldaten an. Das heißt, Padme ist so vieles. Sie ist Diplomaten, sie ist Königin, aber sie ist auch Kriegerin. Im Grunde genommen ist sie die erste Rebellin, die wir je gesehen haben. Und dafür liebe ich sie. Man hat das wirklich sehr gut gecastet. Und Natalie Portman spielt das auch fantastisch. Der einzige Grund, warum sie nicht höher steht, ist diese ganze erzwungene Romanze mit Anakin. Und ich weiß, Anakin und Padme gehören zusammen, weil das sind die Eltern von Luke und Lea. Hätte man aber besser machen müssen, ohne diese peinlichen Dialoge und diese Twilight-ähnlichen Sequenzen. Ansonsten, wenn Padme eigene Szenen hat, ist sie so viel spannender als Teil dieser fürchterlichen Romanze. Verdienter neunter Platz. Das bringt mich zu Platz 8. Und hier haben wir einen weiteren unterschätzten Prequel-Kandidaten. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon steht für mich für das, was Jedi eigentlich sein sollten. Er hält sich nicht so strikt an den Kodex wie alle anderen. Er vertraut seinen Gefühlen und seinen guten und optimistischen Gefühlen. Er sieht das Gute im jungen Anakin Skywalker. Und ich bin immer noch der Meinung, und das hat auch George Lucas und ich glaube, das hat auch Dave Filoni gesagt. Wenn Qui-Gon nicht gestorben wäre im Kampf gegen Darth Maul und wenn das Anakins Meister gewesen wäre, wäre Anakin nie zu Darth Vader geworden. Denn er hat sich nie so hart an diesen Kodex geklammert. Er hätte Anakin Liebe mit auf den Weg gegeben und wirklich das Potenzial in ihm genutzt, den ultimativen Krieger für das Gute zu machen. Das macht Qui-Gon Jinn so besonders. Und das Interessante ist, diese Filme suggerieren uns auch, dass Qui-Gon eigentlich der perfekte Jedi war. Während dieser Jedi-Rat so arrogant ist und nicht mal checkt, dass die Sith zurück sind und nicht mal checkt, dass die alle kontrolliert werden von Palpatine, tut Qui-Gon von Sekunde eins das Richtige und zufälligerweise ist er der erste Jedi, dem es gelingt, eins mit der Macht zu werden. Das heißt, er war eine wirklich pure Seele. Ich weiß, Episode 1 kriegt sehr viele Hate, doch Qui-Gon Jinn ist für mich ein Stand-out-Charakter und Liam Neeson hat ihn ganz toll gespielt. Das bringt mich zu Platz 7. Jetzt wird es so kontrovers. Mir egal. Rey. Rey ist, glaube ich, so eine Love-it-or-Hate-Geschichte und ich bin langsam eher auf der positiven Seite. Okay, als Rey eingeführt wurde in Star Wars The Force Awakens, mochte ich die Figur sehr gerne. Warum? Weil das war der erste mysteriöse Charakter innerhalb von Star Wars. Wer ist sie? Wer sind ihre Eltern? Warum kriegt sie diese Vision? Und warum ist sie so stark? All diese Fragen wurden uns gestellt. Und Daisy Ridley hat das super gespielt mit einer derartig spaßigen Neugierde. Und diese Suche nach Antworten hat so viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig hatte sie eine fantastische Chemie mit Finn. Diese ganze Beziehung, dieses Hin und Her war super. Sie war auch eine ganz tolle Kriegerin und ich fand es toll, dass sie angefangen hat als Schrottsammlerin. Im Gegensatz zu Luke, der ja als naiver Farmjunge angefangen hat, hat sie bereits in der Gosse angefangen. Sie wurde behandelt wie Mist und musste lernen, sich durchzukämpfen. Weshalb sie auch schon ganz gut kämpfen konnte im jungen Alter. Doch am Ende des Tages war sie mir etwas zu perfekt in Episode 7. Ist auch der einzige Grund, warum sie nicht so weit auf der Liste steht. Denn schon von Sekunde 1 konnte sie fliegen, kämpfen und sogar Kylo Ren besiegen, der von Snoke und Luke trainiert wurde. The Last Jedi hat dann probiert, sie kaputt zu machen. Und hat uns erklärt, warum ist sie so besonders? Weil sie so besonders ist. Rise of Skywalker ist tatsächlich ihr bester Film. Ich weiß, der Film kriegt echt auf die Mütze. Doch wenn wir ehrlich sind, das ist der Film, der sie testet. Der ihr eigentlich das nimmt, was alle Fans nicht an ihr mögen. Dass sie zu mächtig ist und das zu ihrer Schwäche macht. Denn sie hat Angst vor ihren eigenen Fähigkeiten. Sie verliert auch das erste Mal gegen Kylo. Sie lernt, ihren eigenen Weg zu gehen. Trotz der Tatsache, dass sie Palpatines Enkelin ist. Und ich weiß, Palpatine hat man sich einfach aus dem Hintern gezogen. Ihn zurückgebracht, um ihn zurückzubringen. Doch nichtsdestotrotz, dieser Film testet Rey. Und deswegen finde ich Rey leider sehr unterschätzt. Sie hat leider eine sehr ungleiche Geschichte. Wie die meisten Figuren der Sequels. Doch in ihren starken Momenten ist sie wirklich sehr stark. Und deswegen mag ich sie. Sie ist trotzdem ein sehr emotionaler Charakter. Und hat wirklich sehr beeindruckende Momente. Das bringt mich zu Platz 6. Und jetzt haben wir den einzigen Charakter, der auf beiden Listen vorkommt. Anakin Skywalker. Denn sein alter Ego Darth Vader war auch auf der Schurkenliste zu finden. Was macht Anakin so besonders? Ich mag die Tatsache, dass jeder ihm gegenüber misstrauisch ist. Von Sekunde 1. Das ist eigentlich der ultimative Underdog. Als Kind wollten die Jedi ihn nicht haben. Obi-Wan ist viel zu streng mit ihm. Seine Mutter verliert er. Die Liebe seines Lebens verliert er. Er ist definitiv kein übermächtiger Charakter ohne Fehler. Er hat sehr viele Charakterschwächen. Und genau deswegen ist er auch gefundenes Fressen für Palpatine. Doch hinter dieser ganzen Geschichte sehen wir einfach nur einen verletzlichen Jungen, der eigentlich nur das Gute tun will. Eine tragische Geschichte. Und ich weiß auch, was uns George Lucas eigentlich zeigen wollte. Im Grunde genommen ist Anakin die Geschichte von Graf Dracula. Einem heldenhaften Kriegsherrn, der die Seele an den Teufel verkauft. Nachdem er die Liebe seines Lebens verliert. Die Parallelen sind sehr offensichtlich. Anakin Skywalker ist beides. Badass und eine sehr tragische Figur. Warum also nur so weit unten auf der Liste? Weil ich diese ganze Jesus-Nummer irgendwie nie cool fand. Dass er der Auserwählte ist. Dass er geboren wurde. Und eine unbefleckte Empfängnis war. Das kam für mich aus dem Nichts. Etwas derartiges wurde uns nie gezeigt in der originalen Trilogie. Und das macht für mich auch den Moment kaputt von Anakin in Rückkehr der Jedi-Ritter. In Rückkehr der Jedi-Ritter hat Anakin seinen heldenhaftesten Moment. Er lässt sein Leben. Besiegt Palpatine, um seinen Sohn zu retten. Und für mich war das ein väterlicher Akt. Für mich war das der Vater Anakin Skywalker. Der alte Jedi Anakin Skywalker, der zurückkehrt. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Jetzt erfahren wir, nö, das war eine Prophezeiung. Er hätte es so oder so gemacht. Weil Schicksal. Das macht mir die Figur leider immer ein wenig kaputt. Nichtsdestotrotz, ich mag Anakin. Ich bin ein großer Gegner dieser Twilight-mäßigen Romanze. Weshalb er ja auch hier und da ein paar Punkte verliert. Nichtsdestotrotz ist er ganz klar eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Figur in ganz Star Wars. Das bringt mich zu Platz 5. Oder auch Anakins Tochter. Leia Organa. Und Leia Organa ist eine unfassbar spannende Figur. Weil sie hat wirklich Konvention gebrochen. Sie war die Prinzessin, die man retten musste. Doch was macht sie? Sie nimmt sich eine Knarre in die Hand und rettet sich selbst. Sie hat so viele tolle Eigenschaften. Sie hat etwas sehr Mütterliches. Und von Sekunde 1 nimmt sie sich Luke an. Sie hat aber auch etwas Rebellisches. Sie ist die ultimative Rebellin. Weil sie ist Senatorin und sie ist Prinzessin. Aber sie bietet Vader die Stirn. Das sowohl verbal als auch auf dem Schlachtfeld. Weil sie knallt seine Soldaten ja ab. Und sie ist auch die geborene Anführerin. Sie ist all das, was Holdo nicht ist. Sie hat Vertrauen in die Rebellion. Sie vertraut ihren Soldaten. Sie trägt das Herz eigentlich auf der Hand. Und gleichzeitig verliebt sie sich ausgerechnet in Han Solo. Der nicht wirklich Heldenmaterial hat im ersten Film. Aber sie verliebt sich in ihn, weil er ähnlich wie sie ein Sturkopf ist und ein Rebell. Und deswegen liebe ich auch diese Romanze zwischen den beiden. Dieses Hin und Her zwischen den beiden ist so, so klasse. Und selbst in The Last Jedi, jetzt mal abgesehen von der Mary Poppins Szene, mochte ich sie sehr gerne. Sie war eine der wenigen Figuren, die nicht komplett kaputt gemacht wurde. Sie hatte nur viel zu wenig Screentime. Aber ich fand es ganz schön, dass sie einen Protégé wie Poe hat. Und ich fand es auch ganz schön, dass J.J. Abrams sie noch zusätzlich zu einer Jedi-Kriegerin gemacht hat. Die von Luke gelernt hat, was es heißt, ein Jedi-Krieger zu sein. Leia ist mit Abstand die coolste Prinzessin, die es je gab. Ich liebe Leia und es gibt so viele Gründe, warum sie Teil unserer Popkultur ist. Das bringt uns zu Platz 4 und das ist ein Prototyp für so viele Charaktere, die noch kommen sollten. Han Solo. Ich, ich, ich liebe Han Solo. Ich kann es nicht anders sagen. Er hat die coolste Einführung in, maybe im gesamten Star Wars-Universum. Als er Greedo einfach unterm Tisch erschießt und ja, er hat zuerst geschossen. Diese anderen Versionen, die sind für mich nicht Kanon. Das Coole an Han Solo ist einfach dieser unglaubliche Arc. Wir lernen ihn kennen als diesen Schurken, den Halunken, der immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat. Und es auch nur irgendwie so über die Runden schafft zusammen mit Chewie in seinem Millennium Falcon. Das alles ist so cool. Und dann entwickelt er sich und lernt Verantwortung zu übernehmen. Er lernt zu lieben. Er verliebt sich in Leia und das wird eine ganz süße Beziehung. Er lernt Luke zu schätzen und wird sowas wie sein Bruder. Und er wird zum General innerhalb der Rebellionen. Weil wisst ihr was? Das Rebellische bringt er mit. Er hatte schon immer das Zeug zum Helden und das zeigt uns A New Hope. Und genau deswegen brauche ich auch nicht Solo A Star Wars Story. Ich muss nicht sehen, wie er genau diese Entwicklung schon mal gehabt hatte. Und ich mochte ihn auch tatsächlich in Episode 7. Den haben sie nicht gegen die Wand gefahren. Das war der Han Solo, den ich geliebt habe. Hat es mich gestört, dass er und Leia nicht mehr zusammen waren? Ja. Hat es mich traurig gemacht, dass er seinen Sohn verloren hat und seinen Sohn ihn tötet? Ja. Aber es war der Han, den ich liebe. Han Solo ist Prototyp für Indiana Jones, für Malcolm Reynolds, für so ziemlich jeden coolen Anti-Helden da draußen. Für Star-Lord. Und ich bin einfach nur dankbar dafür, dass es diese Figur gibt. Das bringt mich zu Platz 3 und das ist die ultimative Mentorenfigur aller Zeiten. Yoda. Ich liebe Yoda. Ja, das war der Yoda aus Empire Strikes Back. Das Coole an ihm ist, dass auch Yoda Konventionen gebrochen hat. Wir lernen da diesen kleinen Muppet kennen, der rumlacht und so weiter. Dann denken wir uns, was soll der Trottel? Dann finden wir heraus, das ist der Jedi-Meister schlechthin. Diese Größe hat gar nichts zu bedeuten. Die Weisheit hat was zu bedeuten. Er bringt Luke so wichtige Regeln bei, die wir wirklich selber auch für uns annehmen können. Und dann lernen wir den Prequels besser kennen und lernen auch, dass er versagt hat. Obwohl ich nie ein Fan davon bin, Yoda mit einem Lichtschwert kämpfen zu sehen. Weil ich mag Yoda am meisten, wenn er einfach nur auf die Macht vertraut. Wenn er einfach nur die Macht einsetzt. Doch seine Weisheiten haben ganze Generationen geprägt. Inklusive einen sehr, sehr, sehr jungen Eve. Ist er fehlbar? Ja, gerade in den Prequels. Aber in der originalen Trilogie ist er das ultimative Symbol für Optimismus. Und er hat ein paar der besten Sprüche im gesamten Star Wars Universum. I don't believe it. This is why you fail. Yoda ist eine Larger-than-Life-Figur. Und es stimmt, abgesehen von den Prequels lernen wir nicht wirklich die fehlerhafte Seite von Yoda kennen. Doch für mich ist er die pure Essenz eines Jedi. Ein lebensfroher, weiser Mentor. Verdienter dritter Platz. Und wir sind bei Platz 2 angekommen. Hier haben wir Obi-Wan Kenobi. Denn Obi-Wan Kenobi ist eine der beliebtesten Figuren in ganz Star Wars und zu Recht. Ob er von Alec Guinness verkörpert wird oder von Ewan McGregor. Ich glaube, das ist die eine Figur, die wirklich alle lieben. Selbst in den Prequels. Denn Obi-Wan Kenobi ist super. In der originalen Trilogie lernen wir ihn als alten Eremiten kennen, der dieses Leben hinter sich gelassen hat. Doch wir erfahren von Sekunde 1, der hat eine traurige Vergangenheit. Er wurde verraten, er hat seine ganzen Jedi-Freunde verloren. Und jetzt sieht er in diesem Luke die Hoffnung für die ganze Galaxis und gibt ihm alles weiter, was er noch weiß. Und das ist wundervoll. Er stirbt auch den ersten großen Heldentod in Star Wars. Das heißt, in der originalen Trilogie war er schon was ganz Besonderes. Und als er Luke dann als Geist erscheint, hat er auch die Mythologie der Macht erweitert und blieb diese wichtige Vaterfigur für Luke. Und dann sehen wir seinen Werdegang in den Prequels. Er war eigentlich ein purer Jedi, der gar nicht mal so gut zu Qui-Gon gepasst hat. Denn Qui-Gon war ja, wie bereits erwähnt, ein rebellischer Jedi. Obi-Wan war sehr gesetzestreu von Sekunde 1. Hat ihn aber geliebt, als wäre das sein Vater. Und musste mit ansehen, wie er von Darth Maul umgebracht wird. Und ohne darauf vorbereitet zu sein, musste er dann Anakin Skywalker trainieren. Warum? Weil er es Qui-Gon versprochen hat. Und diese beiden unterschiedlichen Charaktere mussten immer wieder kollidieren. Obwohl Obi-Wan ihn wirklich geliebt hat. Und das ist das Krasse, weil Jedi dürfen ja anscheinend gar nicht lieben. Aber er gesteht es ihm. Er sagt, ich habe dich geliebt wie ein Bruder. Wie kann das nur sein? Es tut mir so leid, ich habe versagt. Das ist auch das starke an ihm, dass er einsieht, dass es seine Schuld ist. Er hätte mehr Zeit mit ihm verbringen müssen. Er hätte mehr Verständnis aufbringen müssen. Das ist eine tragische Heldengeschichte. Und ich kann es kaum erwarten, die Geschichte zwischen Episode 3 und Episode 4 zu sehen in der Obi-Wan-Kenobi-Serie. Abgesehen davon ist er auch einer der krassesten Kämpfer im ganzen Star Wars-Universum. Darth Maul hat er platt gemacht. Grievous hat er platt gemacht und Anakin hat er platt gemacht. Obi-Wan ist für mich der Inbegriff einer starken Heldenfigur. Er hat Fehler, aber er hat auch diese unfassbar tollen Tugenden, die wir nun mal in Star Wars lieben. Und das bringt mich zu Platz 1, wie könnte es anders sein? Luke Skywalker. Vom naiven Farmjungen zum Jedi-Meister. Das ist eine Entwicklung, die für mich unerreicht bleibt. Als ich Luke Skywalker kennengelernt habe im ersten Film, war er nicht mal meine Lieblingsfigur. Han Solo war es, weil Han Solo ist der Coole. Und in Empire Strikes Back ist er ständig am Meckern. Und er verliert eigentlich andauernd. Andauernd. Andauernd muss er gerettet werden. Im ersten Teil rettet ihn Obi-Wan, rettet ihn Han, rettet ihn Leia. Im zweiten Teil hört er auf niemanden und was passiert? Er verliert seine Hand, er verliert sein Vertrauen in die Jedi. Und dann muss er noch mit dieser Atombombe klar werden, dass Vader sein Vater ist. Und genau deswegen ist es so stark, wenn wir ihn in Return of the Jedi sehen. Als ausgebildeten Jedi, als jemanden, der an das Gute glaubt, der methodisch geworden ist, der aus seinen Fehlern gelernt hat und der sich seinem Vater stellt. Weil für ihn ist das nicht mehr Vader. Für ihn ist das Anakin Skywalker, den er zurückbringen will. Und genau dieser Akt, sich diesem Typen zu stellen und nicht gegen ihn kämpfen zu wollen, zu sagen, ich glaube an das Gute in dir, in dir, von allen Leuten da draußen. Dem zweitschlimmsten Mann in der Galaxis, das ist einfach nur wundervoll. Und was Mandalorian jetzt aus ihm gemacht hat, dieses Symbol der Hoffnung zurückzubringen, fand ich wundervoll. Denn über den The Last Jedi Luke möchte ich gar nicht mehr sprechen. Ich finde es schon cool, das Ende, dass es da eine Generation von Kids gibt, die ihn als Symbol der Hoffnung sehen und sogar die Spielzeuge rausnehmen. Und kleiner Besenjunge, der seinen Besen in die Luft hält, als wäre es ein Lichtschwert. Das ist zwar schön, doch Luke Skywalker als diesen Versager zu sehen, der seine Schwester am Stich lässt. Der probiert, dass seinen Neffen umzubringen. Das hat für mich nichts mit Luke zu tun. Doch auch in Rise of Skywalker, als weise Mentorenfigur, die Rey erscheint, das ist für mich Luke. Luke Skywalker ist für mich auch der Inbegriff einer Figur, die Fehler hat und daraus lernt. Denn dieser Werdegang ist unfassbar. Für mich die wichtigste Figur in ganz Star Wars und ganz klar verdienter erster Platz. Und damit beende ich das Heldenranking von Star Wars. Jetzt seid ihr gefragt, wie würdet ihr all diese Helden ranken? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.